Eine kleine Einleitung zur Performance. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Es gibt noch eine Performance-Store. Tim, da ist immer am Eingang von einem Museum auf die Garderobe. Da ist die Garderobe. Schaut es mal an. Es gibt eine Geschichte dazu. Der Ständer ist aus der Journal-Foundation. Auf jeden Fall in der Jacke sind 500 Euro drin. Das ist ein Teil vom Ausstellungsbudget. Wer das Geld jetzt haben will, der stellt sie einfach nur her und hält sie an der Stange fest. So wie in der U-Bahn. Und vielleicht sind es zwei oder drei, die das Geld haben wollen. Das stellen sie auch da her. Und der Letzte, der aufgibt, also der Letzte, der wieder loslässt, der kriegt die 500 Euro. Man weiß, man stellt sie bloß. Das heißt, man stellt sie bloß, weil man zeigt, man gibt zu, ich will jetzt 500 Euro haben. Ich glaube, die meisten würden gerne 500 Euro haben. Also, ich kann das jetzt nur aus Angebot bereitstellen. Also, man gibt sie natürlich die Blöße. Aber wer... Kannst du es noch haben? Okay. Wenn du die 500 Euro bist, in der Jacke. Warte mal, da sind sie. Natürlich zu. Echt? Ja, wenn du die willst, okay, dann hältst du dich an der Stange fest. Wenn es ein anderer auch noch will, das sind 500 Euro, dann hält sie auch fest. Und der, der zuletzt aufgibt, also, der sozusagen ersetzt, der loslässt, bekommt sie 500 Euro. Ich meine, das ist ja ganz leicht. Du musst sie nur festhalten. Ich meine, das ist ein iPhone. Bitte? Na, einer geht nicht. Na, weil dann kannst du doch in der Sekunde loslassen. Also, du lässt doch den Hund los, dann kann der 500 Euro. Wie, das ist ja immer... Danke. Okay. So, und jetzt machen wir die erste Eichler. Jetzt kriegt zwei Euro. Okay. 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 Nee, toll. 14 Stunden. Okay. Also, da ist eine Kamera. Da ist die Kamera. Also, die wird das natürlich dokumentieren, weil sonst kann man ja alles behaupten. Ja. Also, das ist die Kamera. So. Sind das wie viele jetzt, oder? Oder kommen da jetzt nur Leute? Ja. So, die Kamera geht los. Dokumentation startet. Die Kohle, das Geld ist da drinnen, aber, weißt du, I'm watching you. Genau. Gut. Okay. Bleiben wir es doch hier? Was muss man machen? Wir müssen einfach alle loslassen. Ja, du bist nicht der Kamensprenger. Nein, aber das ist logisch. Okay. Wenn alle loslassen, dann zieh ich es und du nicht. Schau mal. Ihr könnt euch das jetzt ausmachen. Okay. Ihr könnt euch das jetzt ausmachen. Okay. Ihr könnt euch das jetzt ausmachen. Ihr könnt euch das jetzt ausmachen. Also jetzt kommt das alles nur Einleitung. Das war alles nur Einleitung. Einleitung, Einleitung. Einleitung. Jetzt ist es an dieser Stelle, ist es ein direktes Verfahrens. Jetzt geht es, ich sag' ich ins Spiel. Also, ihr habt das so... Also, ihr habt das so... ... ...